und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klemmer steinbaus in der review zur lego 42146 dem renn buggy also diesem gefährt hier hatten wir eine lenkung durch verschränken der achse und das hat mir sehr gefallen aber ich habe in dem video auch gesagt dass das jetzt keine ganz ganz neue sache ist und da wolltet ihr von mir wissen wo das denn schon mal vorgekommen ist da habe ich gedacht ich habe doch noch was rumstehen und das schauen wir uns zusammen an denn wir haben heute zwei sets die das gleiche vorbild umsetzen eine ähnliche funktionsweise haben vom gleichen hersteller sind aber aus zwei verschiedenen jahrhunderten so gesehen ja sogar aus zwei verschiedenen jahrtausenden stammen denn heute haben wir einen kleinen vergleich zwischen diesem neuen renn buggy und der lego 8226 ebenfalls aus der technikreihe ebenfalls ein buggy aus 1998 und auch wenn es hier verschieden umgesetzt ist haben wir genauso wie beim renn buggy ein lenken und eine federung durch verschränken die anleitung und alles weitere zum renn buggy habt ihr ja schon in der review gesehen aber wir schauen uns das ganze natürlich auch noch mal für diesen buggy hier an und hier haben wir sie die anleitung zur lego technik 8226 in diesem typischen blauton aus dieser zeit sie ist auch klammer gebunden die papierqualität ist ziemlich ähnlich wie heute wir haben noch bei den teilekästen diese millimeter papier optik die gefällt mir sehr es wurde auch damals nichts ausgegraut sondern alles weiterhin voll farbe dargestellt und es sieht einfach alles so richtig schön old school aus insgesamt hatten wir hier für das a modell ja es gibt hier nämlich auch noch ein b modell 23 bauschritte auf 19 seiten verteilt und wenn man die anleitung dreht das ist quasi die rückseite dann können wir das b modell bauen das ist so eine art drei und dieses hat 18 bauschritte auf 17 seiten verteilt und mit dem alten motorisierungs pack der 8735 konnte man auch dieses dreieck dann noch motorisieren natürlich auch alles in der anleitung zu finden diese wende anleitungen mit a und b modell das war noch richtig richtig cool heutzutage bei dem flitzerchen gibt es ja nicht mal ein b modell das finde ich schon mal furchtbar schade wenn wir jetzt aber uns die funktionsweisen dieser beiden sets anschauen dann haben wir beim aktuellen rennen baggie vor eine offene lenkung die auf eine frei drehbare achse trifft welche dann wiederum durch eine federung hinten komplettiert wird so dass der körper vom baggie frei schwingt und federn kann und sich dadurch dann die lenkung vorn bewegt bei dem verdreht von 1998 ist es so dass wir vorhin ebenfalls eine verschränkbare lenkung haben diese ist hier umgesetzt mit diesem verbindungsstück auf zwei kugelgelenken und wir haben bei diesem hier keine feder sondern eine schwingbare hinterachse und den federeffekt bekommen wir dann durch dieses gummiband gummibänder bei lego sets finde ich immer nicht so cool hier wäre auch eigentlich ein schwarzes dabei gewesen dieses ist aber mit der zeit leider kaputt gegangen das ist ja relativ normal und ich muss das jetzt recht kurzfristig durch ein anderes gummiband ersetzen deshalb ist dieser mechanismus nicht zu 100 prozent original funktioniert aber auch mit diesem notdürftigen ersatz man sieht den zwei sets natürlich die 26 jahre unterschied sofort an die gemeinsamkeit ist beide haben sticker die sticker auf der 8226 haben ganz gut überlebt für ihr alter hier hinten hätte eigentlich noch einer hingehört aber ich würde sagen dass es nicht so schlimm dass der jetzt hier fehlt und das war es dann eigentlich schon fast mit den gemeinsamkeiten bis auf die ähnliche funktion die aber auch wirklich sehr verschieden umgesetzt wird weil wir hier nicht nur eine vorderachse haben die durch verschränken lenkt sondern auch eine hinterachse die sich mit verschränkt und damit haben wir eine vier radlenkung diese haben wir in diesem set nicht dafür ist dieses set gefedert und dieses set nicht man sieht auf jeden fall dass optisch lego technik einen großen schritt gemacht hat das liegt aber auch daran dass zu dieser zeit die optik bei technik noch keine große rolle gespielt hat man sollte grob erkennen um was es sich handelt aber es war sehr wichtig dass man die technik die sich darin versteckt noch gesehen hat es sollte ja auch technik wie in wirklichkeit sein bei so einem kleinen set kommt dieser effekt aber meiner meinung nach nicht so gut rüber denn das schöne an diesen alten technik sets die noch nicht komplett verkleidet waren war ja immer dass man die zahnräder arbeiten gesehen hat und dass man gesehen hat wie man die funktion gebaut hat das hätte man hier nicht unbedingt gebraucht und deshalb finde ich hat dieses set hier optisch auf jeden fall die nase vorn auch wenn die zwei sachen von der optik her einfach nicht zu vergleichen sind die 8226 hat vor allem seinen charme weil es dieses old school lego verkörpert was mir ganz gut gefällt sind hier die großen schläuche die hätte man auch ganz gut hier noch verbauen können und wir haben hier natürlich gerade bei den radaufhängungen oder auch der alte technik sitzt teile die in den neuen technik sets so nicht mehr verwendet werden aber auch dieses set kann man super günstig erwerben ich habe das für fünf euro gekauft tatsächlich damals und man könnte es ich habe es mal probiert über brickling für sechs euro wie bricken und mit der online anleitung bauen also wir haben hier kein teil dabei was jetzt super wertvoll ist ich finde einfach jedes mal dass auch diese alten sets auf jeden fall eine erfahrung wert sind und man muss sagen und man muss sagen auch diese alten lego steine lassen sich immer noch super super gut verbauen das gilt für die liftarme das gilt für die technik bricks für die pins und eigentlich jeden stein man merkt den natürlich an dass es jetzt keine neuen steine sind aber ich hatte noch nie ein lego set aus diesem alter was ich nicht mehr gut bauen lassen hat was man noch sagen kann der bau von der 8226 war natürlich etwas anspruchsvoller ihr kennt das je neuer lego in letzter zeit desto einfacher der bau da bekommt keiner mehr weingrämpfe wenn man es baut aber auch so ein kleines set ist natürlich auch mit einer alten anleitung jetzt nicht super herausfordernd gewesen eines steht aber für beide ebenfalls fest es macht mit beiden sehr sehr viel spaß durch die gegend zu fahren ob nun mit diesem brandneuen set oder diesem 26 jahre alten set man kann damit beiden noch richtig spaß haben und ein pluspunkt ist natürlich noch für den aktuellen buggy dass er den mitlaufenden motor hat auch wenn ich da nicht alles perfekt fand aber wenn ihr dazu mehr wissen wollt schaut euch gerne die einzelne review zum buggy an und vielmehr lässt sich dann zu so einem kleinen set auch gar nicht mehr sagen es ist auf jeden fall eine erfahrung so etwas zu bauen es macht spaß es kostet nicht die welt weil diese kleinen technik sets nicht zu den großen sammler sets aufgestiegen sind und wenn man sich dann mal durch die jahre diese buggy's anschaut ist es sehr interessant zu sehen wie sich technik verbessert hat oder auch entwickelt hat je nachdem aus welchem punkt man es sieht ihr könnt auf jeden fall mal in die kommentare schreiben welches von den beiden sets würde euch heutzutage mehr ansprechen auf was hättet ihr mehr lust und was mir immer sehr gefällt gerade an die leute die mit dem alten lego aufgewachsen sind ob ihr dieses set damals selber hattet und ob ihr dazu irgendwelche schön oder vielleicht auch negativen erinnerungen habt ich kann auf jeden fall die beiden sets empfehlen jedes für sich und sie passen auch sehr sehr gut zueinander wenn euch dieses mini vergleichs video gefallen hat dann lasst mir gerne einen daumen nach oben da und auch über ein abo würde ich mich sehr freuen ich wünsche euch auf jeden fall noch einen wunderschönen tag haut rein euer valley break es ist herbst es ist warm mir ist dennoch kalt gerade wenn ich morgens aus dem bett rausfall weil wir hier nicht nur eine vorn verschränkbare hinterachse haben